hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von guffek 1 so funktioniert dieser Hurenkack jetzt gerade nicht ich muss zu den Huren gehen Nachtnichts dürfte gar kein Problem sein mhm ihr müsst übrigens kein tolles let's play gerade von mir warten weil ich bin mega abgefuckt von dem spiel wieder mal zur zeit wie immer weil es halt ein mega beschissenes ist und ja so wir müssen weiter die fokus karte wir haben das und das haben wir doch auch eingemacht dachte ich da liege ich doch nicht falsch eigentlich hätte mich jetzt sogar teleportiert weil einfach so aber es funktioniert anscheinend nicht das laufen wir zu gewahren hier ist anscheinend gar keiner kann das sein das heißt wir müssen irgendwie dahin zum nächsten fokus stein sind wir auf der karte da ok hier sind weise war ich hier schon mal ich will immer noch weiter nach hier war ich also vielleicht schon mal aber das ist nicht das ziel wo ich hin muss so ich kann nicht nach oben das k anwenden weil wenn ich mich nach oben k teleportiere dann fliege ich in den berg und das ist auch problematisch ich glaube ich hier bin ich richtig oder ich weiß es nicht hätte ich gesagt oh ox Oof. 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 Da muss ich nichts zu sagen, oder? Oof. 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 Of. Oof. es ging nicht anders als es war einfach das hoffnungslos bei sowas muss ich doch nichts mehr mal sagen zu dem spiel oder das erklärt sich doch selbst der code weiß auch nicht wo ich hier bin ich glaube in der festung ging wie in den orks ich weiß es nicht interessiert mich nicht vor allem auch ne so zehn tonnen gegner was fixiert der held an die waffe die auf dem boden liegt das ist auch so dass muss man muss man nicht kommentieren es ist einfach per se scheiße okay die sind nicht feindlich das ist auch mal gut ich speichere einfach mal keine ahnung ob mir dass das spiel zerstört weiß ich nicht natürlich klemmt die wende wäre auch zu einfach gewesen so ich bin aber irgendwie was ist da weißt du was können mich mal ach nein das ist Okay. So, bin ich wirklich richtig? Ich muss irgendwie ein bisschen weiter nach hier oben. Ähm... Hm... Natürlich. So... Okay. Okay. So, äh... Hier ist ein Horn. Okay. Okay. Kuschkarok. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich habe jetzt eine stärkere Waffe. Kann das sein? 75, ja. Okay. Das ist ja ein Labyrinth, ey. Ist das hier ein Labyrinth? Oh. Hm. Hm. Ne, die beten wieder nur. Sollen sie mal ruhig machen. Hier drunter weiß ich nur nicht. Hello. Selbst schuld, sage ich dann nur. Also... Selbst schuld. Äh... Irgendwie sind wir hier falsch. nicht. Ich glaube nicht, dass die Org-Festung das ist, wo wir hin müssen. So, viele Tränke, klar. Aber... Nicht das ersehnte Gut, nämlich ein Stein. Aber nicht irgendeiner ein ganz besonderer Stein. Okay. Ne. Okay. So. Auch diese Magie-Spruch-Rollen bringen uns nichts. Können wir nicht weiter. Okay. Ähm... Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich genau hin muss. So eine komische Karte habe. Das ist auch wieder eine der eine Million Dinge, die Skyrim besser macht als Gothic. Missions-Kompass. Ähm... Ich probiere mal gerade was. Ich habe das Spiel zum Absturz gebracht, glaube ich. Naja, bis zur nächsten Folge und tschüss. So.